Hallo und herzlich willkommen zum Vertiefungsvideo über die schiefe Ebene. Steigen wir gleich mal direkt ein, ohne viel Zeit zu verschwenden. Hier ist nochmal die schiefe Ebene aus dem ersten Video. Wie schief sie ist, bestimmt der Winkel Alpha. Der Winkel Alpha bestimmt auch die Hangabtriebskraft, also den Teil der Gewichtskraft, der für die Beschleunigung des Kastens verantwortlich ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.